Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Portal Nights mit Nero und Onkel. Joho. Jo, letzte Folge haben wir den Wurm besiegt, war ein bisschen fleißig, mit Palenfrüchten und so weiter und so weiter, haben die Insel erkundet. Und jetzt sind wir hier gerade noch ein bisschen am Bauen, was ich wahrscheinlich über die nächsten Droll-Folgen hinaustrecken würde, weil es ist wirklich nötig. Nötig. Nötig, nett nötig. Nicht nötig, nötig. Was machst du denn, Nero? Bitte? Was machst du da, Nero? Wenn ich es weiß, sage ich dir Bescheid. Hast du meine Fakten aufgenommen? Bestimmt. Nö, habe ich nicht. Ich habe bloß noch eine. Ja, weil das soll alles Feld werden und du brauchst mir jetzt hier einen Turm rein. Ja, Onkel. Onkel. Ich suche jetzt... Ich wollte dir jetzt eigentlich... was Schönes bauen. Mir. Ach so, Straßenlaterne oder was? Also, Laterne. Das ist ne gute Idee. Äh, guck mal ansonsten halt. Aber irgendwie sieht es... Haben wir ja genug. Ach so, das ist auch ne gute Idee. Kommt genau. Nee. Aber man muss fly... Ist sowieso... Fantasie-Spieler, da kann man auch mal so eine fliegende... Oh. Na? Alter, ich... Geht das nicht? Warte mal. Äh... Ich dachte, ich höre deine Maus. Weißt du, vor der Aufnahme sagt sie noch, hier. Du bist so mein kleines Schnurbelchen. Und dann kommt er so wieder an. Oh, ich habe hier so Dinge aufgenommen von dir. Soll ich jetzt... Bitte was? Solche komischen Dinge auch hier. Solche komischen... Ich tue sie rein. Ja. Ich finde hier fliegende Fackeln, toll, Tool. Tool? Ich bin jetzt auch voll Tool. Voll cool. Total, 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 total Tool. Boah, ich bin so fettig. Ach, mach doch nix. Ist doch Wurst. Wurst, Junge. Wurst. So, ich habe ein paar Kisten gecraftet, so... Keine Ahnung, mein Inventar ist voll. The fuck? Okay. Ruhig. Ach, da dann wieder Setzung. Äh, Setzung. Da dann wieder eine Ordnung reinbringen, das wird... Äh, nur so als Tipp. Wenn ihr beim Bauen seid, nehmt ihr Ego-Perspektive, sonst baut ihr irgendwas hinter euch ab. Richtig, mach ich mich auch schon die ganze Zeit. Was ich halt gerne noch machen würde, wäre, beim Bauen mich bewegen. Ich hab' die noch zwei Zäune, kann ich sie dir geben? Tu die einfach rein hier in die Kisten. Ich hab' eine große Zäune. Ach so. Ja, ja, hier vorne, guck mal, hier vorne hab' ich so große Zäune hin. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich hab' die einfach irgendwo hingestellt, dass die wechselnda sind. Und packen wir's mit der Kiste. Und packen wir's mit der Kiste. So, was haben wir hier an Kisten? Boah, ich muss aber ehrlich sagen, wo? Ich bin Logistiker. Ich bin Logistiker. Die Fackeln sind zwar cool, ja, aber das ist ja so hell. Ich stehe einfach nur noch alles weiß. Egal. Ähm, hast du noch veredeltes Holz, Nero? Kann man da vielleicht noch ein bisschen. Äh, ja, 25. Magst du mal hier hinten weiter bauen, weil ich hab' wie halt schon gesagt, ich hab' 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kisten. Ja, wir haben auch noch andere Blocke, wo ich bauen kann, benutzen kann. Ja, die, die halt passen, also soll auch optisch so, ne? Wollen wir mehr im Holzstil bleiben? Ja, wär' ich schon dafür, das ist schon nett. Cool. Ich dachte, man kann hier vielleicht noch ein bisschen an Gamma-Werten rumstellen, weil das ist ja schon extrem komisch, sieht das aus. Echt? Mhm. Nein. Doch. Ach so, okay. Doch, dann machen wir uns da einen größeren Raum. Also, gehen wir hier hinten auch noch ein bisschen in die Breite, also wär' ich zumindest dafür. Weil sonst wär' das doch alles ein bisschen eng. Was? Eng? Ich mag hier doch mal, aber doch nicht in den Häusern. Ich wünschte gerade, ich hätt' die Webcam an, weißt du? Da würde ich dir jetzt grad' mal ins Gesicht gucken. Haha, willst du das wirklich? Apropos, ich seh' grad' was. Rechts unten passiert ja eigentlich gar nichts. Ich glaub' ab der nächsten Folge mag ich Webcam. Oder ab der nächsten Session, ich weiß noch nicht. Okay. Ja, ich hab' jetzt von meiner Freundin so'n kleines Mini-Stativ bekommen für die Webcam, ist voll goldig. Oh, cool. Zehn Zentimeter hoch und drei Beine. Ich hab' auch erstes drei Beine. Ja. Ja, aber auch nur, wenn du Gassi gehst oder der Wind weht wegen deinem Stöckchen. Zwei normale und ein ganz kleines. Aus Bambus, die wir schon festgestellt haben. Ah, knüffig. Oder zum Anschrauben. Wo kommen denn die Panzerungen hin und sowas? Also Panzerschrauben? Keine Ahnung, da war ich noch nicht. Ah, das ist das da, okay. Drogenquarzstaub, das hab' ich doch hier draußen gesehen. Ja, draußen in der Mitte. What the fuck? Hä? Okay, wir müssen hier bauen. Ich glaub, wir brauchen Boden. Ich glaub, da könntest du recht haben. Das kam überraschend. Jo. Hast du das durchgebaut, oder was? Äh, nein. Ich baue hier sagengewobend die Gänge durch. Und auf einmal taucht hinter mir ne Made auf und will mich voll spucken. Jo. Das ist total frech, find ich. Das macht man nicht. Ne, das macht man nicht. Oder Onkel, was willst du meinen? Stell dir mal vor, jemand bricht in dein Haus ein, du überrascht ihn von hinten. Denkst du, der findet das nett? Kommt drauf an, ob er schwul ist. Wow. Das ist... Boah, also... Hast du doch grad gesagt, stell dir mal vor, du kommst von hinten. Ich kann nichts zu deiner Aussagen. Dazu fällt mir grad irgendwie nix ein. Das... ich muss passen. Entweder sagt der Verpresser, ha, hör ab! Oder er sagt, ha, ist das schön. Ja, genau, Daro. Äh, Noxy, genau so. Was passiert eigentlich, wenn man die Kisten Boden unter den Füßen wegnimmt? Nix. Find ich gut. Ähm... Was für einen Boden wollen wir haben? Noxy, mal kurz rechts. Was? Huch! Äh... Boah, Alter, das ist so unangenehm. Was haben wir da denn für einen? Was wollen wir da von dem Boden haben? Äh... Aus optischen Gründen würde ich sagen, den Stein. Alles klar, richtig. Alles klar, richtig. Weil das sieht halt besser aus, sonst ist das so viel Holz, sonst fühlst du dich echt wie in einer... Oh, Holzzelle. Mhm. Alter, ich find's immer noch so krass, was... Ich find's immer noch so krass, was für eine Reichweite der hat. Guck mal, wie weit ich hauen kann von hier aus. Das ist doch cool. Oh, ab hier geht's nicht mehr. Das werden sie noch ändern, keine Sorge. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, fünfzehn! Fünfzehn Blöcke weit! Das ist doch geil. Ey, scheiße, ich hab nicht aber... Also wenn ich am Bauen bin, bin ich auch noch in der Ego-Perspektive. Sorry, Leute, fand's euch die andere Perspektive besser gefällt, aber es ist doch ein bisschen einfacher und zugänglicher für uns. Also ich mach die Ego nicht. Ja, aber im Bauen ist das besser, find ich. Das hat einen besseren Überblick. Ich find die Ego sind viel besser. Ich mein, beim Kämpfen und sowas ist okay, aber... Ja gut, beim Kämpfen hab ich mehr Überblick, da brauch ich halt die andere. Und aus dem Kämpfen, egal was ich treffe, ich mach sowieso Damage überall. Na, es ist eine schöne Grafik und alles, aber man muss ja auch ein bisschen was Vorteilhaftes, wenn es so jetzt geht, kann man es ja alles nutzen. Ja klar. Wenn man schon mal die Chance hat. Und mich stürzt, ehrlich gesagt, überhaupt nicht Ego-Perspektive, das ist der Person. Ich bin sowieso eher... mehr für Ego-Perspektive... ja. Ja gut, das hängt vom Spiel ab. Find ich zumindest. Ähm... Nero? Ja? Hast du noch, äh... Holz so und Stein? Bin grad aber abbauen. Achso. Ne, hätte gesagt, du hast irgendwo in der Kiste noch was. Holz hab ich alles einstecken. Willst du, willst du das Holz haben oder gib ich dir das? Joa, das wär nicht schlecht, weil da baue ich hier schon mal die Wände. Beziehungsweise, der Boden ist, der Boden ist gerade eigentlich wichtiger. Weil ich mag hier nur ungern noch weiter überrascht werden. Joa, alles im Grün. Hier, ich hab in der ersten Kiste hier hab ich das Holz reingepackt. Okay. Äh... Warte, wird das auch noch fallen? Äh... Okay... Also wenn wir uns weitergraben nach hinten, da brauchen wir hier kein Licht mehr, ne? Weil ich hab mich hier grad weitergegraben, auf einmal kommt der Baum entgegen. Aber wir können ja hier wieder zumachen. Joa, das müsst ihr auch eigentlich dann von der Größe her schicken. Da, 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 da. Ach, Kinas, was meint ihr denn dazu? Habt ihr ne Idee, was wir bauen sollen? Für unseren Garten? Schreibt's mal in die Kommentare. Garten, Gebäude, Lager, Bau doch grad nen Garten. Oh, nur... Ne, es geht ja um was anderes. Vielleicht haben die Zuschauer noch ne Idee. Genau, lass doch Kommentare da. Gute Idee, auf jeden Fall. Ja, weißt du, hier kannst du ja alles bauen. Habt ihr noch Ideen, Wünsche, Anregungen, Erregungen? Lösch das Spiel! Ihr seid scheiße! Ich weiß, danke. Aber ich hatte immer noch keinen richtigen Hater-Kommentar, das find ich voll schade. Du bist ja dumm. Du weißt erst, dass du richtige Fans hast, wenn die ersten dich hassen. Dann weißt du, du hast Neider. Du redest in Schwachsinn. Es ist doch so. Du kannst tausend Fans haben. Aber solange dich keiner hasst, interessierst du keinen. Hm. Kann ich leider nicht bestätigen. Also, ich werde auch lieber geliebt als gehasst. Ja, aber ich find's halt immer witzig, wenn da einer sagt. Uuh, das ist scheiße und ... Also, einfach nur so ein unnötiges Geflame. Und das heißt, dass die Leute unnötig Zeit in dich investieren, obwohl sie eigentlich was besseres hätten machen können. weil ich es witzig finde also leider wenn ihr jemanden flamen wollt dann Noxy ist der richtige ja gibts mir richtig ey ich hab da mal den Spaß du räuchst dich ganz egal wo bitte was du räuchst dich ganz egal wo alter nee äh nee äh nee nee äh die Palmfrüchte rein und die Kartoffeln ne 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 Uchi B Uchi B ne wir brauchen noch Platz für die Kohle ich glaube wir können uns doch eine komplette Kohlekiste aneignen ich glaube wir werden mehrere Kisten für eine und dieselbe Sorte brauchen glaub ich naja wenn das weiter geht auf jeden Fall das wäre ja schwachsinnig Ressourcen liegen zu lassen wenn wir unterwegs sind richtig vor allem sowas äh wer weiß was da noch alles kommt äh ich hab keine Ahnung auf alle Fälle genug davon kanns ausgehen aber hallo ich habe noch Leinenstoff wo kommt der jetzt her da wir wollen die Leine Prozent 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 der Dorf am Rand immer das Veredelte genommen und mit mehreren oder ja hast du mir vielleicht mit dem Bohrer Bogen weil ich bin hier gerade auch noch eine Fels an der Wand weg machen wird er nicht übelst lang Ongel ja ich bohre ich leine gern mein Bohrer würdest du den in eine Kiste legen hier irgendwo bitte 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 ich leg den draußen in deine Kiste rein ach du bist ja draußen hab ich gar nicht gecheckt ja guck mal der Turm ist fast weg ähm Turm ist fast weg ach du hörst die ganzen Steine da draußen oder was das hat ruhig nochmal zu Holz Ongel Ongel der Bohrer ist glaube ich der Bohrer ist hier drin ja jetzt stehe ich hier neben dem Nerven und warte bis auf den Bohrer hin Alter wo ist der Bohrer ach der ist schon hier hinten hier hinten bei der äh universellen Kiste wo ist der Bohrer da? hä? hier in der universellen Kiste wurde der ganze Scheiß drin liegt äh hast du die da reingepackt? nein ich hatte den Bohrer und nicht meine Hand wo ist der universell ich hab keine Ahnung ach hier hier ist er da ich glaube dass der ganze Scheiß drin ist was man nicht zuordnen kann das achso danke naja das ist äh keine universellen Kiste das war eigentlich die Blockkiste aber ok ach äh sind das die Stein die Steinziegel die du da auf dem Boden hast ne ne das sind äh von ah uah schluch äh von Ruin die Blöcke oha sind grad schon teuer das weißt du so die bauen wir ab so die bauen wir ab oh Gott äh die Holzblöcke dauern erstmal der schrubbt erstmal äh welches setzt ihr jetzt hier hin? das sind jetzt ganz normale äh Steinziegelblock ok das war Erde und Stein ne? ne die hab ich schon draußen von der Burg abgebaut achso die will ich extra herstellen achso außen wollte ich als Rand wollte ich dann diese andere Blöcke diese rumen Blöcke und in der Mitte wollte ich dann diese äh weil da haben die auch ein schönes Fundament da passt das genau sieht optisch einfach ein bisschen schön aus ja ein bisschen oh wie weit sind sie denn? 64 von 100? das dauert noch ein bisschen äh äh wie sieht denn das Feld aus? äh Onkel? ja ach da hinten bist du ja ich mach hier den Berg weg ich will das Feld ja weil ich hab gemerkt es gibt nur so viel Setzlinge und dann würde ich mal kleine riesen Fläche hier machen auf jeden Fall ah die Möhren brauchen noch ein paar Minuten dann gibt's aber auch noch ein paar Heldrenke oh ja oh ja aber ich glaub die das mit der Webcam mach ich erst ab nächster Session also keine Lust das als einzustelle ja deshalb nebenswinnig für ungut Leute aber es ist schon spät es ist schon äh fortgeschrittene Zeit bestimmt ja ich nenne dir das mal fortgeschrittene Zeit halb zwei haha haha ein bisschen Diphterie tut gut so ok ich glaub ich muss mal den Bohrer kann man auch einfach mit Schleifstein ja ok ja klar wie in echt wenn's das geht halt nen Schleifstein dran ach scheiße das ist ja richtig gemütlich hier ne ich find das so übelst ge sorry vor allem ich find das so übelst geil dass sich das Zeug anpasst guck mal wenn du ein Fenster brauchst machst du alles außer das Nero kurz das ist einfach so nice haha also wenn das Lager hier nicht ausreicht dann weiß ich auch nicht ich bin aber überlegen wollen wir ein Fenster reinmachen wir können da so Burkett ein Fenster reinmachen ach das ist doch schon wieder so eingekerkert ja kruftemäßig ja was ist das hier ne kruft ach der Berg ist eh irgendwann weg das ist ja mal realistisch sowieso ja würd ich einfach sagen so bumms hier hier ne hm so und dann fertig oder lieber zu machen Nero ach so ich rede und rede und rede ach so es kommt nichts an ja ja wenn man das Mikrofue gemütet hat weil man genießt hat hehehe gut ja also Nero was meinst du ja also Fenster gut gefällt mir kann man das gut äh gut da würd ich sagen bauen wir immer so 5er Kisten Reihe und dann ja das passt ja genau und dann immer so ein Mittelgang dass man an die Kiste rein ja ja öffnung war nach rechts ne warte ich muss jetzt noch Stein holen da 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 ähm ich hab jetzt mal ne Frage und zwar äh schreibst du die Kommentare das Feld ne nicht in die Kommentare ich frage euch das Feld geht ja jetzt bis hier an Weltrand sozusagen soll ich dann am Weltrand die großen Zäune lieber aufbauen dass wir da nicht ausversehen drüber nach mir hängt grad das Spiel dass wir dich ausversehen drüber drüber nach bei mir auch grad ein bisschen glaub ich ja bei mir auch grad hallo hallo ja ich hör euch du müsstest bloß mal mir eine Antwort geben ich äh hab ein Standbild ich hab kein Standbild aber ich kann auch meine Waffen nicht mehr wechseln ich glaub hier ist irgendwas gerade ich glaub ein Serverupdate oder sowas aber mir hängt grad irgendwie alles ja wir sind grad bei 20 Minuten das ist doch auch gut dann mach mal ein bisschen ja gut dann würde ich sagen äh Kines danke dass ihr eingeschaltet habt schau doch mal bei den anderen Kanälen vorbei äh bis denn tschüss 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 tschüss